Heute möchte ich dich einladen zu einer ganz besonderen Meditation, denn ich möchte dich motivieren, dein Glück zu finden. Und so bitte ich dich, tief und gleichmäßig zu atmen. Ich bitte dich, dich jetzt in diesen Momenten ganz auf deinen Atem zu konzentrieren. Beobachte seinen Atem, wie er gleichmäßig ein- und ausfließt. Und beobachte auch, wie dein Atem ganz tief ein- und ausfließt. Wie dein Atem immer langsamer wird und immer tiefer geht. Und wie du jetzt, getragen von dem Rhythmus deines Atems, vollkommen aus dem Alltag hinausgehst. Und eintauchst in dein Innerstes, in deine inneren Räume. Alle Gedanken dürfen gehen. Alles, was gerade noch wichtig war, hat in diesem Moment keine Bedeutung. Du tauchst ein in dein Innerstes und du lässt dich so tief fallen, wie es dir möglich ist. Mit jedem Atemzug etwas tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Es ist fast so, als ob die Zeit still steht und du eintauchst in die Energien der Wirklichkeit, wo es keine Zeit gibt. Du fühlst dich ganz sicher, du fühlst dich eng verbunden mit deiner Seele. Du fühlst dich ganz intensiv. Du fühlst dein Sein. Und nun führe ich dich zu deinem Unterbewusstsein. Es sind zehn Stufen, welche wir zusammen gehen. Jede Stufe führt dich tiefer zu dir selbst. Und so beginnst du, die erste Stufe zu nehmen. Und so beginnst du, die erste Stufe zu nehmen. Sie führt nach unten. Dann gehst du die zweite Stufe und fühlst, wie du immer tiefer zu dir selbst eintauchen kannst. Und auch die dritte Stufe nimmst du ohne Probleme. Und du vertraust auch. Du lässt dich fallen. Denn du weißt, du befindest dich auf dem Weg zu dir selbst. Und so nimmst du die vierte Stufe und machst diesen Schritt voller Sicherheit und Freude. Du spürst auch, wie die Energie intensiver wird. Und jetzt machst du den fünften Schritt. Du bist auf dem Weg zu deinem Unterbewusstsein. Zu all den versteckten Gefühlen. Versteck den Dingen, die du gleich entdecken wirst. Und jetzt machst du den sechsten Schritt, die sechste Stufe. Du hast jetzt schon die Hälfte geschafft. Und du lässt dich voller Vertrauen auf die siebte Stufe ein. Du kannst nun schon sehen, wo die Stufen aufhören. Und gehst die achte Stufe weiter nach unten. Die Energie verändert sich bereits. Und so gehst du jetzt die neunte Stufe. Und die letzte Stufe gehst du mit dem ganz tiefen Bewusstsein, dass du jetzt mit deinem Unterbewusstsein verbunden bist, sobald du diese Stufe nimmst. Du befindest dich jetzt in deinem Zentrum. in dem wichtigsten Zentrum deiner Seele, deinem Unterbewusstsein. Dort, wo alles gespeichert ist, was du tust, was du erlebt hast. All deine Wünsche und auch alle Erlebnisse sind hier gespeichert. Sie sind neutral, ohne Wertung. Und auch hier ist dein Glück gespeichert. Das Glück, was dir zusteht. Glück und Freude ist für jeden Menschen zugänglich. Und der Zugang befindet sich hier in deinem Unterbewusstsein. Lasse dich darauf ein. Denn als dein Licht entstand, als du das erste Mal geatmet hast, als deine Seele das erste Mal in Licht erstrahlte. Da warst du in der Fülle des Seins, im vollkommenen Glück. Und jetzt hier in diesem Moment hast du den Zugang zu deinem Glück wiedergefunden. Spüre nun dieses wundervolle Licht des Glückes. Und spüre, dass es dein eigenes Glück ist, welches greifbar in dir selbst ruht. Welches nur vergraben war. Vergraben von allen möglichen Glaubenssätzen, von allen möglichen Einwänden, welche nicht der Realität entsprechen. Und so erkennst du, dass dein eigenes Glück in dir ruht. Und du jetzt den Zugang dazu hast. Und du erkennst auch, dass du der Meister deines Lebens bist. Dass du alles, was du möchtest, erreichen kannst. Und dass du gerade hier in deinem Unterbewusstsein dazu den Zugang bekommst. Jetzt in diesem Moment. Und so findest du hier, in der Tiefe deines Unterbewusstseins, die Lösungen all deiner Probleme. Du findest die Schlüssel zum Glück. Und nun atme dieses Glück ein. Dieses dein eigenes Glück, atme nun ein. Und lass es durch deinen Körper strömen. Spüre, wie dich das Glück von Kopf bis Fuß durchströmt. Und mit dem Glück die Fülle. Spüre, wie sich Glück und Fülle in dir verbinden. Und nun von deinem Unterbewusstsein hinauf in dein Bewusstsein getragen werden. Und schon beginnt dein Körper zu leuchten. Hell zu erstrahlen. Denn das Glück und die Fülle sind für dich greifbar. Du weißt, dass alles in dir liegt. Und dass nur das passiert und geschieht, was du selbst möchtest. Und nun öffne dich diesem Gefühl, dass du dein Glück immer erreichen kannst. Dass deine Fülle immer bei dir ist. Und so weißt du, dass du immer aus der Fülle und aus dem Glück aus deinem Unterbewusstsein schöpfen kannst. Denn du hast eine Reise in deinen Urzustand gemacht. in den ersten Moment deines Seins, wo alles in der göttlichen Ordnung schwingt. Und aus dieser göttlichen Ordnung hast du nun die Energie in deinem System einfließen lassen. Du hast es bewusst gemacht. Die Brücke ist gebaut. Und vom Bewusstsein in das Unterbewusstsein. Und so ist der Weg frei. Und du atmest jetzt noch einmal ganz tief die Energie des Glückes und der Fülle in dich hinein. Und du spürst, wie sich die Wellen von Energie, von Glück und Fülle in dir ausbreiten. Und nimmst dir jetzt noch ein wenig Zeit, um all dies zu genießen. Und um dann in deiner Geschwindigkeit, so wie es sich gut und richtig anfühlt, wieder in das Hier und Jetzt hinein zu kommen. Und du spürst, wie es sich gut und richtig anfühlt, wieder in die Verwege zu spüren. Untertitelung des ZDF, 2020